Jede Straße hat 32 Öfen, die das dann herstellen hier. Eisenerz wird, äh, ne, Kupfererz wird Kupferplatten. Laufen hier rein, in den Puffer nochmal, dass die zwischengepuffert werden und dann läuft das hier in den Strang rein. Das ist so ein... Ah, das ist ein mathematisches Modell, um halt eben auf vier Stränge, wenn zwei Stränge reinkommen, auf vier Stränge das alles gleichmäßig zu verteilen und dann wird hier abgegriffen und in die Produktionsstraßen gegeben. Das ist schon heftig. Hab ich hier nochmal irgendwo grüne Dinger hergestellt? Hier werden rote erstellt. Ah, hier werden auch nochmal grüne erstellt, wie man sieht, ne? Auf eine andere Art und Weise. Boah, mir rollen die Augen so. Jojo, Hafenlui, haust du rein? So, dann hat man hier diesen Bus, wie man so schön abgreifen kann. Dann kommt man sich nicht mehr ins Gehege. Mein Bus bestand vorher aus einem schnellen hier, aus einem Band nur und dann hab ich die ganze Fabrik damit versorgt. Hab mich mal gewundert, ey, kommt ja gar nichts hinten an und so, ne? Ja, und hier ist mein Silo. Ich hab's schon gebaut. Aber ich hab ja noch nichts angeliefert. Hier ist 0%, kommt noch nichts rein. Und das wär dann jetzt meine nächste Aufgabe, das Silo. Aber ich hab das hier an einem Ort gebaut, wo ich eigentlich im Prinzip keinen Platz hätte. Ich musste das hier weiter außen auslagern. Na ja. Ja. Wie man hier so sieht. Ah ja, okay. Es ist eine Riesenmauer mit Lasertürmen. Endlose Lasertürme. Eine halbe Stunde rumlaufen. Und es gibt Leute, die haben in Factory noch eine riesen, riesen, riesen Base gebaut. Und die haben so viele Outposts, um halt eben Material zu sagen, ja, macht schon Spaß, ey. Und dann haben wir ein paar Aliens gesehen auf die Blüsse. Oh, der kriegt richtig, ey. Und der hat mir sogar Schaden gemacht, dieser Beißer da. Über die Mauer, über zwei Dinger. Das sind zwei Mauerstücke hier. Hat der mir echt drüber gebissen. So, ne Drecksau. Die Anzeige ist raus. Ja, das ist so ein bisschen... Das ist meine zweite Base, meine große. Die ich alleine gebaut hab in 80 Stunden. Jo. Und was sagst du dazu? Bist du da cool, jo? Klickst wahrscheinlich nicht durch, wenn du das Spiel nicht gekauft hast. Aber wenn du das Spiel günstiger haben willst, guckst hier mal in den Twitch hier, da unten da bei MMOGA. Kriegst du es, glaub ich, drei oder vier Euro günstiger. Wenn du es kaufen willst. Wurde du willst. So. Ich hab eben ein neues Video noch gemacht. Mit Kalle und mir. Da hab ich mein Gesicht gezeigt. Vielleicht irgendwann mal, keine Ahnung. Wie Leute drauf reagieren. Ich denke schon, aber ich hör auf mit YouTube. 19 Aufrufe schon. Ach, guck mal. Das geht aber jetzt platz, ey. Wie sie alle plötzlich aus allen Ecken kommen. Ja, falls ihr das hier live seht oder diese Aufzeichnung hier, dann danke für euren Support hier. Auf jeden Fall schon mal drei Daumen hoch, 19 Aufrufe. Jo. Jetzt machen wir weiter. Ach lo, ich hab mir noch Wasser am Kochen. Haha. Kurz einen Moment. Auf. Ja. Auf. Ja. Das halbe Wasser ist rausgekocht. Ja, komm weg, Kalle. Ich bleibe da nicht in einem Käfig. Komm her. Da kommt er geflogen. Irgendwann noch eine Kalle kämmen. So. Das wäre im Prinzip die Base. Und jetzt bauen wir weiter. Nicht neu starten. Dann. Bauen wir dich denn. LP1 Flat alleine. So. Dann müssen wir mal schauen, was wir jetzt hier machen sollen. Dann herzlich willkommen hier. Nochmal auf Twitch und hier auch willkommen auf YouTube. Jetzt geht da hier die Szene reingeschnitten. Vorher gab es ein Let's Show. Kann euch die Folge vorher angucken. Link ist hier, falls ich dran denke. Dies ist alles so ziemlich lahm. Das sind Einserbänder hier. Die sind total langsam. Wir laufen langsam. Haben wir hier eh gesehen. Wir haben so gut wie nichts geforscht. Alles noch rot. Gut. Ja. So ist das halt. Aber Spiel macht deinen Bock. Ich muss jetzt mal gucken, wo ich überhaupt bin. Muss ich mal hier orientieren. Schon süß hier. Das ist als einzigstes Strom zu haben. Haben wir das verhältnismäßig eingehalten. Ein, zwei, drei, hier. Vierzehn und zehn. Jupp. Dann ist alles schön hier. Was sagt der Strom? Oh, die Produktion ist aber schön am flattern. Also das muss ziemlich... Der zweite grüne Streifen muss ziemlich weit hinten sein. Alles wird ja dann live produziert. Was haben wir in der Tasche? Nicht viel. Schön. Das ist meine erste Forschung. Die ist so halb automatisierter mit roten Flächen. Kugelfeuerrate 2 wird produziert. Hier läuft das erste Eisen. Gekupfer haben wir noch nicht automatisiert. Eisen fällt es sehr undicht, wie ihr seht. Hier ist Platz dazwischen. Sollte nicht so sein. Weil wir werden es hier sehen am Ende. Die letzten drei Öfen hier, die werden produzieren. Ich weiß, hier sind die Eisenplatten ja da. Weil es sehr undicht ist. Das bedeutet... Das bedeutet... Das bedeutet... Also hier können wir schon mal hier... Da kommen... Können wir mal hier rausnehmen. Wenn wir mal den letzten Öfen mal einschenken. Wenn wir hier dem schon einschenken. Dem einschenken. Dann rutscht das ein bisschen durch. Hier ist dann der Eisenpuffer, ne? Hier sind... Hier die Zahl rechts, was da drin ist. 1000, 3000 Platten. Die nehmen wir mal raus. Ähm... Okay, hier wird geschossen. Ich bin ja echt nicht... Wirklich... Das ist eine kleine süße Base hier. Ist noch nichts passiert, Jungs und Mädels. Jetzt schauen wir mal, was hier abgeht in diesem schönen... Tollen Spiel. Hier haben wir hier eine Menge Öl. Das müssen wir nur anzapfen. Das sind die Ölfelder. Hier sind Eisen. Stein. Klingt voll. Nö. Oder? Ein Stein eingeknallt. Warum produzierst du da nicht? Wenn hier... Muss ich das verstehen? Achso. Da ist leer. Auf dem Feld wird nichts mehr produziert. Achso. Alles klar. Machen wir das mal so. Geht das so? Weiß es gar nicht. Jetzt produziert der wieder. Produzier, mein Freund. Kugel Feuerrad. Das ist hier für die Gewehre. Automatisierung 2. Da kriegen wir Montagemaschine 2. Netzwerkschaltungen. Da kann man logische Schaltungen bauen. Wer schon mal elektrotechnik-logische Verknüpfung, Schaltungen hat, der kann das hier nachbauen. Kannst du echt fast ein Gehirn bauen. Wie in Minecraft mit, ähm... Wie heißt denn der Scheiß? Redstone, ne? Genau. Logistik 2. Das gibt es schnell aus Fließband. Unterhörtlich schnell aus Fließband und den Teiler. Alles schon alles grüne Forschung. Hier, da brauchst du auch grüne Flächen. Soweit sind wir nicht. Ja, kann ich nur das hier pauschen. Das werden wir auch tun. Achso, und das funktioniert ja nicht. Oh, jetzt braucht der noch Strom hier. Neck oben. So, ist nett da auch. Gegrabbelt da rein. Ähm... Lassen wir das mal hier mit Hype automatisieren. Ja, so, zack, zack, zack. Du nicht. Du bleibst weg. Ein paar Grabel-O-Maten hier. So. Von dem Kunden noch was. Zieht der das in die Kiste? Der zieht das in die Kiste. Und dann haben wir Platz hier gebaut. Ufer. Ähm... Dann können wir direkt den hier aussetzen. Macht ja gar keinen Sinn. Machen direkt die elektrischen Erzförderer hin. Macht da viel mehr Sinn, ja. Statt hier Kohle. Muss ich dir mal vorstellen. Im heutigen, äh... Lebenszeitalter wird immer noch Kohle und Öl verbrannt. Obwohl ich... Also ich bin schon als Kind mit Autos aufgewacht. Vor 35 Jahren. Wir haben immer noch Öl. Ölautos. Oder was stimmt da nicht, oder? Was... Was glaubt ihr? So. So, mit diesen kleinen... Schnappis. Schnappis mal ein bisschen verstärken hier. Habe ich natürlich nichts mehr von denen. Ein paar neue bauen. Schnappis hier. Klack. Klack. Das ist doppelt abgegriffen, damit hier kein Stau entsteht. Ist die Kiste volles. So. So, wenn ich es jetzt richtig sehe... Müsst ihr oben gucken. Rotes Wissenschaftspaket. Das können wir... Haben wir. Das grüne müssen wir bauen. Das wollte ich nicht wie in der Folge über Broken Bauen. Hä? Das war ein bisschen durch. So, wir können leider nichts forschen. Selbst wenn ich jetzt hier auf forschen drücke, passiert nichts, weil... Keine grünen Wissenschaftspakete, die müssen jetzt existieren. Die müssen wir doch mühsam abbauen. So. Er baut jetzt hier so ein paar... Schnelle Greifärme. Ich könnte mir aber... Ich wollte das Eisen ja verdichten. Dann machen wir das doch mal hier mit einem elektrischen Erzförderer. Drei haben wir noch in der Tasche. Okay. Okay. Das können wir noch ein bisschen verdichten. Die kleinen Kratzis hier dran bauen. Strom geben natürlich. Was fehlt denen denn hier? Ach, guck mal. Ich habe hier oben eine Kiste gebaut. Eine Kiste für Eisenplatten. Ja. Wenn wir die jetzt mal da kurz reinpasten. So viele auch nicht wieder. So viele dann auch nicht wieder. So. Wird ein bisschen was produziert. Ein bisschen rote Flächen auf Abruf, aber... Ah, ist das nicht so der große Hit. Ich muss hier noch ein bisschen weiter verdichten. Je mehr... ...diesen kleinen... ...Erz hier produziert wird. Ist gut. Da fließt man da rein. Dann wird das hier eingewebt. Aber ihr seht ja hier, hier staut sich so ein bisschen. Das heißt... Ich habe eine schöne Idee. Jetzt baut der mir das Ganze hier. Muss mal abbrechen. Was ist los, Kalle? Bauen wir was Schönes. Komm mal her. Ja. La�se.